Hallo und willkommen zu Five Nights at Freddy's Security Beach Beach Security Breach Ruin Kapitel 3 Vom zweiten Ruin Die als letztes Und wir sind wieder hier In der letzten Folge haben wir diesen Stuhl hier detectet Was es hier genommen hat, weiß ich nicht Hier ist slippery Ich habe es gerade Du bist ein bisschen erschrocken, habe ich gemerkt Hier haben wir geschossen das letzte Mal Jetzt vielleicht, ja, ja Portale Oh nö Oh 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 Okay Ich habe mich darum gekümmelt Dieses Gebiet ist jetzt sicher Wieso kann der jetzt auf die Antwort von dem antworten Egal Ist super, danke Also anscheinend haben wir jetzt freie Bahn Hier hat es das nächste Aber geil, jetzt kann ich das Ding einfach aufhalten Hier hat es kaum Ah, die habe ich vorhin gesehen Schau mal Da sind wir Da sind wir Da wo jetzt das Teil vor uns runterfährt und jetzt wieder hochfährt AR Collectable Da hinten ist noch ein Collectable Das sehe ich doch direkt Ah, jetzt bin ich wieder hier Das ist hier, wo ich am Anfang das Rätsel gelöst habe Aber nichts passiert ist schlussendlich Nein, ich bin hier runter Ach nö Nein Jetzt habe ich den verpasst deswegen Scheiße Haben wir alle jetzt hier, oder? Ähm Nein Okay Schön Speckl Wir haben alles Aber ich komme zu dieser grünen Kiste nicht mehr hin Oh boy Wo gehe ich hin? Den Sprung schaffe ich zu 300 Milliarden Prost Haa 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 Scheiße Den Sprung schaffe ich nicht Hüpfen wir nebendran runter, Alter Aber jetzt musst du den Sprung schaffen hier Entweder wir klatschen jetzt komplett einfach Brrrr 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 Oder wir schaffen es Ich hoffe jetzt weiteres NICHT Haa Ich habe es gesagt, das geht nicht Letztes Mal musste ich hier doch nicht so einen Sprung machen Aha Äh Was Haa Ah Ah Nein Brrrr 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 Hast du irgendeine Ahnung, wo du hinrennst? Ja, wir waren hier das letzte Mal Nice Wo muss ich hin? Warte, das war das wieder die Stelle, wo ich geschossen Wir tun, dass da nichts passiert So, weiter geht's Auf ein neues Ah Oh my dear Danke Sonne Plal Pinata Das war Ah Ha ha Was könnte hier nur drin sein? Eine Sonne Aber egal, wir machen jetzt den hier Oh, wie schwer das ja nur ist Oh Du musst immer schon in diesen Bereichen bleiben Und jetzt nimmst du einen Blitz, den rechts Und gehst außen rum Und gehst außen rum Ja Ja, war meine nächste Vermutung gewesen Ja Perfetto Ähm Dankeschön Zu dem hier komme ich jetzt nicht Scheiße Oder kannst du ihn durch die Treppe nehmen? Oh my god Ah ha ha Genius RIP Ah Ah so Ich muss die Maske ausziehen Let's go Ich wäre so daneben gesprungen eigentlich Egal, wird sicher nichts schief gehen Zwinker, zwinker Oh, es ist ja wirklich Oh my god Es ist nichts schiefgekommen Du bist großartig Du bist näher Du bist näher Wie weißt du? Wie machst du das alles? Ich werde es alles erklären, wenn du hier kommst Oh Das Ding ist hier wieder Ich muss schlafen Schau mich, Cassie Bitte Hier ist eine Tür Es wäre zu einfach Okay, hier ist die Tür Es ist eine Tür Ah Hey Hör auf zu backen Dankeschön So, hier begrüsst dich hoffentlich was Ja sicher Sieht sehr danach aus Ja Wieso schaut der weg? Weil ich nicht zu nah dran war vielleicht Wo ist jetzt der? Da! Was habe ich ihm getan, dass er mich nicht mehr anschauen will? Ah doch jetzt Du siehst ohne was gehässlich aus Sag mal Ach die Leute hoch Geil Ach nö Alles gut Oh yeah man Und hier ist noch eins Oh der war knapp Hey Ah Ok, tschüss Wieso sollte ich jetzt genau hier rauf gehen? Das ergeben wir ein bisschen in Poppy Playtime Kommt, du kannst mir nicht sagen, dass die nicht so ein Fass hier reinrollen kann und wir dann drüber jumpen können Bro, es ist der Leg Simulator So Oh Ähm Au! 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 I got kicked out of the vani network You said you got rid of that rabbit thing What happened? Komm ich kam da doch runterspringen Egal Aber jetzt hat der was aktiviert, dass wir die Maske nicht mehr anziehen können Dankeschön Yeah, für Babies Und RIP Aua Oh 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 nö, der hat uns gesehen Renn Ja was, was Du kannst doch einfach zurück Und die einzige Response war Hey Vielen Dank Muffin Man Bitteschön Ach nö Die kommt da eh nicht mehr Ja doch, natürlich kommt sie da wieder raus Ähm Schaut uns das Teil an Ne Doch Aua Das ist ja ne richtige Psycho-Scheisse Oh Gott, safe wenn du hier durchläufst Ich hab's gesagt Oh, Bon Appetit Das Viech hatte ich übrigens gesehen Hallo there Ja Ich weiß, was soll ich machen Keine Ahnung Woher weisst du, dass es mich gesehen hat Weil das Teil den Kopf um 180 Grad gedreht hat vorher Als es am Essen war Oh oh, danke, danke, danke Ja, was mach ich jetzt? Wo chillt dieses etwas? Es ist jetzt hier raus Das heisst, ich kann jetzt da rein? Will ich da rein? Was ist das Ding? Weird battery acid? There's no way I'm getting your that Da hinten chillt er Das kannst ja niemandem erzählen Ist der noch da? Oh, er hat Geld erspeichert Bro, Jimmer Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht Ah, da hinten, da hinten Ah, hallo Gregory Are you there? Tschüss Gregory Are you there? Das wird mein Todeszeugnis Oder wird's mein Todeszeugnis? Oh mein Gott, ich sterbe nicht Ja, die darf da rein, aber ich nicht Chill da ruhig in der Säure, Digga Ich kann die Maske immer noch nicht anziehen Bro, was fählst du von mir? Oh, was erspäht mein Auge Insert coin Oh yeah Was? Okay Warte, 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 warte Fuck, 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 fuck Geil Sehr gut Musst du jetzt wirklich zurück? Ja, hier gab's ja nichts anderes Jetzt hier, direkt neben, links neben der Wand Geht's rein Ja, hier Ähm Aber hast du's gesehen? Bababa 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 Oh nö Was jetzt? Ah, hier sind wir jetzt Cool Möchte ich die Maske benutzen? I doubt it Hallo Und herzlich willkommen zum Leg Simulator 23 Okay, hier ist das Teil Drei Teiler Drei Hallo mein lieber Freund Ah, hallo mein Freund Ein Minecraft Grass Block Es gehen beide Kabel hier durch Und eines geht in die Toilette, ja Ich wette der hier Ja, man Chica Lunchbox Rein in die Bücher Ist das nicht genau das gleiche Rätsel, das wir schon mal hatten? Okay Dick Ah, dankeschön Nein Ja du, gehen wir mal gerade aus, kann ja nichts schaden, ne? Bro, du könntest da einfach durch... Oh, what the hell? Wow Oh mein Gott, Alter Frapcake Monty Golf Alles so der Serverraum Wenn du so einen grossen Serverraum brauchst für deinen Freizeitpark Ach, ist das noch gar nicht? Oh Gott Das ist das Aber ist cool Die Ideen, die dir hier haben Oh ja, Mann Oh, leg Leg Was machst du hier? Es ist hier Rutschgefahr, Jamie Überall ist Rutschgefahr Ja, ist der Wasserfall stimmt Ist hier irgendwas? Ja, natürlich Was machst du hier? Der chillt sein Leben Irgendein Mitarbeiter hat hier damals einfach verteilt, diese Blöcke Hier hat's ne Kamera Was haben wir? Yo, Musiknote, Gitarre, Sternblitz, Harry Potter Musiknote Gitarre, Stern, ah da, Harry Potter Wie du's actually nie brauchst Bereist Was war dieser Sound? Das klingt doch jetzt positiv Habe gleich Oh oh Wo ist er? Ah! Ich seh nichts mehr, Bro Sternblitz, Gitarre F*** dich Ah, jetzt ist wieder alles gut, danke Stern Harry Potter Gitarre, perfekt Wer denkst du, wer du bist? Wer denkt, er ist der King? Ach Gott, was zu Ey, ich war hier Wo kam jetzt die her? Ich hab jetzt gerade gedacht so Ah, wieso zieh ich die Maske her? Und machen sie schon ab? Eine Ewigkeit später Kommt es die einfach von da vorne, oder? War das vielleicht ein Bug vorhin, oder? Vielleicht hast du da drin auch zu lange gebraucht und sie ist gekommen Komm, wir gehen in den dunklen, gell? Nee, das ist noch schlimmer Ach, Dinger, es ist aber auch ganz geil aufgebaut Ich will nicht, ich willst nicht wissen, was das war Was war das? Ich willst nicht wissen, was das war Oh Gott Oh Gott Unser Lieblingscharakter Oh nee Oh nee Oh nee Poor Roxy Who's there? You can't hide from me Gregory No! Bro Gregory, run! Roxy's after you Gregory, are you there? Cassie, I'm okay I found a spot to hide Turn off the nose in the salon to follow Roxy Hurry She's close Hä? Aber sie ist doch Ist er nicht irgendwo unter der Rennstrecke? Oh Gott Ich bin gerade so verschrocken Oh mein Gott, was war das? Wo ist sie? So erschrocken Wo wie wo war sie? Wo wie wo war sie? Bro, also ich habe keinen Bock jetzt auf diesen Teil Weisst du was man macht, wenn man keinen Bock auf den nächsten Teil hat? Nein, wir stellen es nicht auf Doch, wir verschieben jetzt Ich fand es so spannend Cedric, sag dein letztes Wort Äh, lass einen Like da Tschüss Tschüss Outro Outro